Dividenden sind doch was Schönes. Man sitzt da und wird einfach nur fürs Nichtstun bezahlt. Damit haben Dividenden das Potenzial, sich zu einem schönen Zusatzeinkommen zu entwickeln und sind deshalb einer der besten passiven Einkommenströme überhaupt. Doch die Suche nach Dividendenaktien kann mühsam sein und es ist schwer, sich selbst aus guten Dividendenaktien ein breit diversifiziertes Portfolio aufzubauen, wenn es dafür nur eine Lösung gäbe. Die Lösung gibt es und sie nennt sich Dividenden-ETFs. Fünf der besten Dividenden-ETFs gucken wir uns in diesem Video an. Das Handelsblatt hat sich mit der Vergleichsplattform JustETF zusammengetan und die fünf Dividenden-ETFs herausgesucht, die in den vergangenen fünf Jahren die höchste Rendite erzielt haben. Besonders interessant finde ich die Kriterien, die hier angewandt wurden. Nämlich wurden nur ETFs mit in die Auswahl genommen, welche in den vergangenen vier Jahren ihre Dividenden immer erhöht haben. Und steigende Dividenden sind doch genau das, was wir als Anleger sehen wollen, oder nicht? Außerdem wollen wir die Dividenden natürlich auch aufs Konto überwiesen haben und auch das wurde in der Auswahl berücksichtigt, da nur ausschüttende Dividenden-ETFs angeschaut wurden. Doch jetzt genug geredet, lasst uns einen Blick auf die Liste werfen. Auf Platz 5 steht der iShares DivDAX ETF. Dieser kommt in den letzten fünf Jahren auf eine Rendite von 44%. Wie der Name verrät, beinhaltet der ETF Aktien aus dem deutschen Aktienindex DAX. Doch nicht der gesamte DAX wird abgebildet, sondern nur die 15 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite. Und das bringt uns auch schon zum ersten Problem von diesem ETF. Denn 15 Positionen aus nur einem Land sind natürlich weit weg vom Breit diversifiziert. Dabei ist Diversifikation genau das, was ich als ETF-Investor sehen will. Außerdem geht es in diesem ETF nur um die Höhe der Dividendenrendite. Doch eine hohe Dividendenrendite allein sagt leider noch nicht viel aus über ein Unternehmen. So kann eine hohe Dividendenrendite auch einfach durch Kursrückgänge zustande kommen, welche die Rendite dann wieder auffressen. Eine höhere Diversifikation und sogar noch bessere Performance bietet der nächste ETF auf der Liste. Dieser ist der Deka Euro iStox Ex-Fin Dividend Plus ETF. Klingt etwas komplizierter als der DivDAX, weshalb wir diesen erstmal entziffern müssen. Der ETF wird von der Deka Investment verwaltet und besteht aus 50 Aktien der Eurozone. Stox ist der Indexanbieter und Ex-Fin soll bedeuten, dass Finanzwerte aus diesem ETF ausgeschlossen werden. Ein weiteres Kriterium, welches ich sehr gut finde, ist, dass das Gewicht pro Aktie auf 10% begrenzt ist. Anders als beim DivDAX haben deutsche Werte hier einen Anteil von nur 21%. Auf Platz 1 steht Frankreich mit 25%. Außerdem in der Top 5 vertreten sind Spanien, Italien und überraschenderweise Finnland mit 11,5%. Bekannte Titel aus Deutschland bei den Top 10 Holdings sind Mercedes-Benz, BASF und BMW. Und die Performance? Die ist mit 52% in den letzten 5 Jahren durchaus solide, liegt aber noch relativ deutlich hinter dem MSCI World. Aber dafür hätte man hier bei einem Investment von 1000 Euro im August 2019 bis heute 230 Euro an Dividenden ausgezahlt bekommen. Steuern sind hier nicht berücksichtigt. Wir gehen einfach mal davon aus, dass euer Freibetrag von 1000 Euro noch nicht ausgeschöpft ist. Je breiter die Diversifikation, desto besser die Performance. So scheint es zumindest. Denn die Bronze-Medaille schnappt sich der iShares MSCI World Quality Dividend ESG ETF. Dieser enthält nämlich immerhin schon 177 Unternehmen und guckt hierbei auch außerhalb Europas. Genau genommen kommen sogar 51% der Aktien aus den USA. Außerdem hat dieser ETF, der Aktien aus dem bekannten Index MSCI World berücksichtigt, einen besonderen Fokus auf die Qualität, womit er der erste mit dieser Eigenschaft in der Liste ist. Das heißt, hier kommt es nicht nur auf die Höhe der Dividende an. Um den Aspekt der Qualität laut BlackRock dem Anbieter des ETF zu erfüllen, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein. Das Unternehmen muss unter anderem eine gute Bilanz des Dividendenwachstums in der Vergangenheit aufweisen. Außerdem muss es dem Unternehmen fundamental gut gehen. Unternehmen mit schwachen Fundamentaldaten werden ausgeschlossen. Ausgeschlossen werden auch Unternehmen, die bei der Kursentwicklung auf Jahressicht zu den schwächsten 5% des Index gehören. Wie das ESG im Namen verrät, müssen Unternehmen auch die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Denn das Kürzel steht für Environmental, Social und Governance. Das heißt, Waffenhersteller oder Tabakkonzerne werden es in diesen ETF nicht reinschaffen. Der Qualitätsfokus scheint sich bei diesem Produkt zu lohnen. Denn auf 5 Jahre Sicht kommt dieser ETF auf eine Rendite von 59%. In der Top 5 befinden sich übrigens Giganten wie Home Depot, Apple, Johnson & Johnson und Microsoft. Alles keine High Dividend Payer, aber sehr solide Unternehmen. Solide Unternehmen befinden sich auch in dem ETF, der es auf Platz 2 der Liste geschafft hat. Nämlich der Fidelity Global Quality Income ETF. Auch dieser hat, wie wir im Namen sehen, einen Fokus auf Qualität und ist global ausgerichtet. Der ETF stammt aus dem Hause Fidelity, welches bereits 1946 gegründet wurde und mittlerweile einer der größten Vermögensverwalter der Welt ist. Im Vergleich zu Platz 3 gibt es hier einen ordentlichen Sprung in der Performance. Denn der Fidelity Global Quality Income ETF hat in den vergangenen 5 Jahren ein Plus von 77% hingelegt. Damit kann man auch verkraften, dass die Ausschüttungen etwas niedriger ausgefallen sind als bei einigen anderen ETFs in der Liste. Dafür muss man hier aber auch beachten, dass der US-Anteil vergleichsweise hoch ist. Dieser liegt nämlich bei knapp 70%. Außerdem ist der ETF relativ techlastig, wie man an den 10 größten Positionen des ETFs sieht. Wem das aber egal ist, der könnte sich diesen ETF mal etwas genauer anschauen. Und genauer anschauen sollte man sich definitiv auch den Fun Egg Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF, der es auf Platz 1 der Auswahl geschafft hat. Der Index stammt von Morningstar und Developed Markets bedeutet, dass nur Unternehmen aus Industrieländern berücksichtigt werden. Außerdem müssen die Unternehmen bei den Dividendenzahlungen Konsistenz und Nachhaltigkeit aufweisen und andere Kriterien für das Screening erfüllen. So werden zum Beispiel nur die Unternehmen ausgewählt, die ihre Dividende 5 Jahre lang mindestens konstant gehalten haben. Außerdem darf die Dividendenauszahlung maximal 75% des Nettogewinns ausmachen. Meiner Meinung nach bei Dividendenaktien und ETFs eine wichtige Regel, denn schließlich sollte sich das Unternehmen die Dividenden auch leisten können. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Dividende auch für die nächsten Jahre noch abgesichert ist. Sicher sind Dividenden natürlich nie und es gab schon viele Fälle von stabilen Dividendenzahlern, die plötzlich ihre Dividende kürzen mussten. Wenn man die besprochenen Kriterien anwendet, bleiben am Ende 100 Unternehmen übrig, die es letztendlich in den ETF reinschaffen. Und mit der Auswahl von 100 Aktien hat es dieser ETF geschafft, eine Rendite von 81% in den vergangenen 5 Jahren hinzulegen. Außerdem hat man, wenn man vor 5 Jahren 1000 Euro in den ETF investiert hat, bis heute schon 256 Euro aus Dividendenerträgen erhalten. Damit konnte man mit diesem ETF einige Dividenden mitnehmen und musste im Vergleich zum breit diversifizierten MSCI World nicht viel Rendite einbüßen. Aber Vorsicht! Wir gucken uns hier die Rendite der vergangenen Jahre an. Schließlich können wir nicht in die Zukunft schauen. Die Vergangenheit sagt aber erstmal nichts über die Zukunft aus und eine Aktie oder ein ETF, der in der Vergangenheit eine gute Rendite hingelegt hat, muss nicht zwangsläufig auch in der Zukunft gut laufen. Außerdem haben die meisten Dividenden-ETFs eine Gemeinsamkeit. Sie sind schlechter gelaufen als der einfache MSCI World, der den breiten Aktienmarkt abbildet. Doch auch das muss nicht so bleiben. Ich denke, die Underperformance der Dividendentitel kommt zu einem großen Teil durch die Tech Rally zustande, die wir gesehen haben. Vor allem die großen Tech-Titel haben dafür gesorgt, dass große Indizes wie der MSCI World oder S&P 500 so stark gestiegen sind in den vergangenen Jahren. Wenn sich das aber ändert und Value-Titel, die oftmals eine Dividende zahlen, wieder stärker ins Rollen kommen, kann sich die Underperformance von Dividenden-ETFs gegenüber dem breiten Markt schnell ändern. Vor allem der FUNEC Morningstar ETF, der es auf Platz 1 der Auswahl geschafft hat, könnte dann interessant erscheinen, wenn man an ein solches Szenario glaubt. Und jetzt würde mich interessieren, was du von diesem ETF hältst. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn du einen der Dividenden-ETFs oder einen beliebig anderen ETF besparen willst, dir aber nicht sicher bist, ob jetzt, wo alles auf Höchstwerten steht, der richtige Zeitpunkt zu kaufen ist, dann guck dir gerne auch dieses Video an, wo ich genau diese Frage beantworte. sûr Musik 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 Musik